Willkommen zur gleichen Folge Minecraft Clash mit GEDO. GEDO, genau. Schaut auf den Server drauf. Go und der Server. Genau, in der letzten Folge wurde ziemlich viel geschnitten bei mir. Da gab es ein paar Tonprobleme. Richtig, schon immer vor dir. So, wir waren nämlich hier in diesem... Ach, ich kann immer noch nichts abbauen. Oh nein. Es ist immer noch. Denn letztes Mal haben wir nämlich ein Wassertempel gefunden. Nein, Junge! Bitte, bitte. Das ist jetzt so asozial. Der ist nämlich in der Richtung da. Genau, äh... Jetzt sieht man ihn auch bei mir. Genau, bei mir sieht man ihn zwar nicht, aber egal. YOLO. Auf jeden Fall hast du eine Werkbank im Winter. Nein! Ich versuche es die ganze Werkbank abzubauen. Warte, verbraucht es? Punkte? Ne. Kannst du mir mal noch mal geben, weil ich habe drei Stücke im Winter ab. Schauen wir mal Platz. So. Warte mal. Was wir noch machen könnten ist... Ich brate jetzt mal ein bisschen Fleisch. Easy, easy, easy. Ich teile es ein bisschen auf. Jetzt schneller... Okay, dann machen wir es so. Du hast eindeutig mehr als ich. So unwichtige Sachen werden aber hier hingesetzt. So, es fehlt nur noch ein Sand. Dann. Ach, warte, mach es einfach so. Er ist fertig. Okay. Das sieht ziemlich lame aus. Das... das... So, meine Aue-Dings ist jetzt auch weg. Jetzt kann ich Sachen wieder auch abbauen. Oh! Oh! Scheiße. So. Ganz unaufwendig in der Aufnahme mit dem Handy spielen ist ja kein Problem. Nö. Nö. Hast du... ähm... Hast du ne Eisenspitzhacke? So. Du machst jetzt mal deine mit meiner zusammen. Dann hast du wieder ne ganze. Ne, ich hab nicht mal ne Viertelvolle. Ja. Ist ja egal. Letztens mal nochmal ne Workmagic. So, wann bist du noch im Ofen? Ich mach mir einfach mal eine auf Versatz. Ne, ne, ne. Lass das am besten. Zu spät. Weil so können wir, ähm... Dings sparen. Platz. Aber noch generell... Du wirst eh nicht so viel, äh... Wir werden eh immer zusammenbleiben. So viele Öfen brauchen wir eh nicht. Da ist jetzt Eisen drin. Wie viel? 13 Stück. So, den Kessel. Warte mal. Hier. Jetzt hab ich noch 3 Fly Slots. Guck mal. Sollen wir den Clay mit mitnehmen? Nicht den Clay. Ne, den kannst du auch zur Not wieder wegwerfen. Ja, mach ich auch jetzt damit. Dann hab ich ja auch nicht Platz. Man nimmt das eigentlich gerade ziemlich leer. Meins auch wieder. Ähm... Ich sortier das mal ein bisschen. Äh... Das kommt mit da hin. Mit Benkel. So. Gibt's hier ordentlich freie Slots. Das kommt da hin. Und das kommt noch über die Werkzeuge drüber. So. Und dann kommt hier ein Feier. Da hin. Ja. Jetzt hab ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Lass mal noch mal dazwischen da bleiben drinnen. Okay. So, was können wir eigentlich in der Zeit machen? Wir könnten irgendwas anderes machen. Wir könnten eigentlich mal wieder zum Tempel... Ich geh mal tos zum Tempel. Ich... Oder wollen wir einfach weiter gehen? Es bringt ja nichts. Wir sind doch noch überhaupt nicht ausgerüstet. Wir sind überhaupt gar nicht ausgerüstet. Sollen wir jetzt einfach hier... Ich lass das auch jetzt die Koordinaten hier. Weil das ist ja wirklich nur Zeitverschwendung. Äh, die Koordinaten von hier? Die müsst ihr schon haben. Ich kann mal nachgucken. Äh, warte mal... Dietzen... Scheiß. Äh, Hauskoordinaten, Hexenhaus. Nee, ich hab die nicht. Das sind die hier. Wassertempel. Titel... Wassertempel... Ich weiß ja, Temperatur. Ähm... X... Ich hab echt schon 4 Minuten auf dieser Insel verbraucht. Die machen auch richtige Zeitverschwendung damit. Ich mach mir grad... Ich mach am besten direkt 2... Rote... Rote... Pff... Nein! Nein! Jetzt hab ich den Kopf... Was brauchst du? Ich hab jetzt einen Knopf gemacht. Was? Okay... Ja... Nee, warte, ich mach was anderes. Yay! Ab der 1.8 kann man jetzt doch Knöpfe auf dem... Dings drauf machen. Yay! Kann man ihn nicht auch so auslösen? Hier. Nein. Ähm... Da. Komm, wir fahren jetzt weiter. Das bringt nichts. Ich hab noch ein Boot. Nimm die Kohle da raus. Dann nehm ich ja am besten jeder die... Warte, was hast du jetzt alles im Inventar? Öfen... Ö... Ö... Öfen mir geben. Knopp! Du bist so nah bei mir. Ich hab' ich gess' Das mit den Fackeln ist unnötig. Die obere Reihe lassen wir einfach. Zu viel... Ich hab' keine mehr. Yo! Was ist hier unten alles? Ach, das ist der Clay. Hey! Sollte vielleicht auch noch aus dem Clay rausgehen. So. Ich dachte schon. Oh, ich ersticke. Boah. Geschafft. Okay, warte. Dann gehen wir ein paar Fackeln rum. Ich hab' jetzt wieder... Ich hab' jetzt wieder... Äh... 49. Komm, lass weiter. Lass in die Richtung gehen. Moment. Hm. Du musst deine Kostellchen kommen, glaub' ich. Nein, aus der Richtung wollen wir hin. Warum bist du ja da? Weil hier hab' ich schon einen Steg angefangen. Und dann hast du deinen Wassertempel gefunden. Oh, weiter geht's. Ready, go! Yo! Alter, wie viele Tintenfische hier auch sind, ne? Ja. Das ist heftig. Und man sieht seine Hungerbalken nicht. Er sieht auch nur ein bisschen lame aus. Ja. So. Das kommt mal da hin. Bist du hinter mir? Ja. Ja. London Süßt! Wo? Dreck geradeaus? Ja. Ey, hoffentlich ist das jetzt mal Festland. Das glaub' ich wäre so eine Pissinsel. Glaub' ich nicht. Da ist es. Was ist denn da? Hä? Lol. Du hast mein Boot zerstört. Okay. Hast du noch eins? Ne. Aber ich schwimm einfach den Rest. Ist ja nicht schlimm. Weißt du, wo das ist? Ne, nur 20 Blöcke. Oh, wieder eine Unsel. Das ist ein Dark Oak Forest. Im Moment sind wir noch im River. Alter, hier ist Dark Oak. Dark Oak! Dark Oak! Dark Oak! Ach. Ne, hier ist Plains. Und da ist Dark Oak. Ne, hier ist Beach. Dark Oak? Ach, das ist hier im Märchenwald. Oder was? Ja. Siehst du das? Ich seh's nicht. Oh, nach rechts. Da, 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 geradeaus ist ein Pilz. Ja. Diesen Kürbisse. Hast du Kürbisse mit dem Inventar? Ja. Nenn die mal mit. Okay. Okay. Lass da mit reingehen. Ich bin Müll. Alter, ich, 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 ich will es mindestens zweifeln beim Abbauen. Ja, bau ab. Alter, ich suche gerade ein bisschen Zuckerrohr. Ach Mist, wir haben das Zuckerrohr nicht mitgenommen. Doch, ich. Hast du's mitgenommen? Ja. Boah, ich dachte schon. Weil hinten ist noch ein bisschen. Ja, hier ist wieder Clay. Yay. So. Weiter geht's. Jetzt hab ich nur mal vier Stück. Na, jetzt hab ich einen Screenshot gemacht. Hier ist Roofed, Roofed Forest. Nicht Dark. Ja, die heißen, das ist ja Dark Oakwood. Ja, Dark Oakwood. Auf Englisch. Richtig. Also, ich kill die mal kurz zu Federn. Hast du irgendwie noch Feuersteine oder so? Äh, nein. Weil sonst hätte ich mir noch ein bisschen Pfeile machen können. Habt nämlich noch ein paar Federn. So, jetzt hab ich den Herdbauer abgekloppt. Weil die, hier sind noch Schweine. Bist du denn? So. Oh. Jetzt ist eine gute Frage. Wo bist du? Ich bin hier. Ähm. Ah. Hierüber. Wo bist du denn? Da. 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 Ich bin hier getroffen. Cool. Okay, das war eine Fallverschwendung. Egal. Man soll auch mal Spaß haben. Gut. Da. Ich bin hier. ist ich stehe davon ja an sich zu einer seite halt gemacht hat schon immer zusammen der so die so ein paar kühe alles gut oder sind gefärbte schaffe oder sogar rosa der richtung ich habe keinen platz mehr für ich habe nimm es mal mit ach du hast auch das rohe rindfleisch nein ich habe das rohe du hast auch das rohe rindfleisch du hast alles aufgesammelt das habe ich eben nicht musst du haben was ich habe nur 5 rohe rindfleisch wir hatten 28 in der in der truhe in der truhe ja ich meine nicht in der truhe sondern im ofen beim wassertempel das müsstest du haben ich habe 4 stück ich habe noch ich habe ja noch 34 steaks und überall kühe also ich habe auch 34 24 rohes porkchop 12 rohes steaks und 24 rohes porkchop es wird wieder nacht das sind doch wieder ähm kanächen richtig viele er war zwei hier ist noch eine hülle ich habe eine hülle gefunden ich habe dich auch verloren ich bin hier ganz am rand da wo die wo wir die kühe entdeckt haben da bin ich auch ich bin hier hoch ich bin hier hoch hast du ja das ist aber direkt ähm richtig gut dass jetzt nacht wird wieso warte mal ich glaube ich mal ganz kurz aus vielleicht klappt das dann ich stelle jetzt hier meine chance auf 8 vielleicht klappt es dann wenn ich auf server joiner dass es dann direkt so geladen wird wenn es verpackt ist habe ich pech gehabt ja es backt trotzdem das ist aber auch so scheiße gemacht ich kann maximal auf 6 ich kann maximal auf 6 chunks stellen das ist so doof da haben die aber noch was zu fixen zu wixen komm äh lass äh komm her wo bist du ja am baum halt am baum was machst du da ne 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 nicht schlafen gehen lass mal ein bisschen level farmen hier ist schon der erste zombie ich will ja 16,5 ja und wir können noch ein bisschen mehr farmen schnell smacking start da baust du mal ne 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 Pass auf, da sind zwei Zombies. Aufkommen und schließt zu. Wow. Jetzt leckt sie gerade bei mir. Das ist aber leckend noch nicht da mal. Ja, aber es ist nicht schlimm. Es sind ganz kleine Mini-Lacks. Es ist aber doof, wenn Monster sind. Das ist schon ziemlich doof. Wo ist denn da oben ein Creeper, Mann? Warte, ich schieße den ab. Geht er weg, geht er weg. Ne, jetzt kommt er. Spider noch. Leute, komm. Okay. Ne, wir nehmen schon jetzt so 15 Minuten auf. Ne, 14, 53. Ja, ja. Und der, 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 der kann auch so getroppt. Ich kann sie auch sammeln. Ich kann sie auch sammeln. Ich hab sie schon. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Guck bei Gero vorbei. Guck bei mir vorbei. Wenn er bei Gero guckt, du hast eine Bewertung da. Wenn du nicht gefallen hat, dann Like. Wenn du nicht gefallen hat, dann Dislike. Pass auf! Ah! Scheiße. Egal, dann locken wir uns jetzt mal noch. Wenn wir die Creeper erlegt haben. Ja, genau jetzt. Und dann, tschüss. Tschüss.